Aloha, hier ist Frank der Entspannende in den Weinbergen zwischen Nierstein und Oppenheim und ich blicke hier so nach Nord-Nord-West. Da hinten, da ist der Selzerberg oder Zornheimer Berg mit den beiden Windrädern und darunter ist das Selztal und Selzen, wo ich wohne. Ich schwenke weiter rechts rüber und man kann dann da unten den Turm von der Schwabsburg sehen. Hinten im Hintergrund beginnt langsam der Taunus sichtbar zu werden. Da ist dann auch das ZDF bzw. Lärchenberg mit den Hochhäusern zu sehen, links von den Windrädern. Wenn ich weiter rechts schwenke, kommt dann auch der Wartturm von Nierstein in die Sichtweise und rechts bzw. hier unten ist dann auch tatsächlich Nierstein und der Rhein, genau, da ist der Rhein. Und wenn ich hier noch weiter, dann kommt dann auch irgendwann der große Feldberg da hinten weiter rechts, öffnet sich die Rheinebene von Rhein-Main und da ist die Skyline von Frankfurt zu sehen. Jetzt beginnt die Rheinebene nach Süden. Da unten hinter dem Hügel hier, da ist Oppenheim. Ich schwenke weiter rechts rüber und hier beginnt dann auf der anderen Seite das Rheinebene der Odenwald. Da ist dann auch irgendwo der Melibokos und da ist wieder der Rhein. Und wenn ich weiter Richtung Süden schwenke, kommen diese Kühltürme von Biblis und hinter den Autos, da ist dann Worms. Und das war jetzt mit fünffacher Vergrößerung.